Hallo, herzlich willkommen bei Panther Ray. Heute mit Tom Sieters, Weltmeister im Abnötauchen. Er hält mehrere Rekorde, auch im Streckentauchen. Und er bringt uns spektakuläre Ereignisse mit, die ihm passiert sind bei seinen Rekordversuchen. Es ist hochspannend. Er ist auch Coach. Er hilft Leuten dabei, mit Vara, mit Angst klarzukommen. Und ihm liegt natürlich auch der Schutz der Meere am Herzen. Deswegen freut euch auf ein spannendes Gespräch. Hallo Tom, herzlich willkommen bei Panther Ray. Hi Alex. Danke, dass du zu uns gefunden hast. Wir haben ganz bewusst auch dich ausgesucht, weil du einer der Experten in Deutschland bist, was das Tauchen angeht und da ganz besonders Luft anhalten. Das heißt Apnoe, Apnoe, Tauchen. Wie wird es denn richtig ausgesprochen? Früher hat man Apnoe gesagt, heute sagt man Apnoe, weil sich das so ein bisschen an das Griechische anlehnt, wo der Begriff herkommt, Apnea. Deswegen hat sich das so entwickelt, dass man jetzt Apnoe sagt. Du bist ja sogar Weltrekordhalter in mehreren Bereichen. Ziemlich beeindruckend, Weltrekord. Was hast du denn da ganz kurz zusammengefasst? Ich weiß, du sprichst nicht so gerne drüber, das ist aber auch in Ordnung. Was hast du denn da gerissen? Okay, zusammengefasst, ganz kurz, habe ich insgesamt 22 Weltrekorde aufgestellt, ist aber schon eine Weile her. Der letzte war im Jahr 2012. Habe aber vor drei Jahren nochmal versucht, den Weltrekord im Luftanhalten mit reinem Sauerstoff zu brechen. Das ist so ein bisschen Cheating, hat so eine eigene Disziplin, wird in Guinness-Shows zum Beispiel demonstriert. Und da habe ich im Training nochmal den Weltrekord brechen können, 24 Minuten und 14 Sekunden. Genau, das ist die grobe Zusammenfassung. Jetzt möchte ich auch gerne die Zuschauer daran teilhaben lassen, wie man dazu kommt, zu einem Extremtaucher zu werden. Da gibt es doch bestimmt eine Vorgeschichte. Wie hat das bei dir begonnen? Ich habe mir natürlich jetzt in den Jahren viel Gedanken darüber gemacht, wo das eigentlich so herkam. Und bei mir kamen da viele Dinge zusammen. Also einmal eine ganz große Liebe zum Meer und zu allem, was unter Wasser passiert. Ich habe als Kind schon ganz große Augen gehabt, wenn da Dokumentationen von Cousteau oder Ähnlichem liefen. Das war für mich immer extrem faszinierend. Deswegen habe ich diese Liebe immer so in mir getragen und immer den Wunsch verspürt, irgendwann einmal selber eintauchen zu dürfen und diese Welt erkunden zu können. Und also das war eine Sache. Und dann hatte ich irgendwann die Gelegenheit, bin diesem Wunsch nachgekommen und habe einen Tauchkurs auf Jamaika gemacht. Das war total flashig gleich. Und ich war in meinem Element. Und dazu kam, dass ich genau zu dieser Zeit auch meinen Sport beenden musste. Ich war Fußballspieler damals und hatte einen Unfall mit einem Motorroller auf der wunderschönen Insel Corfu und konnte dann nicht weiterspielen. Also war ich auf der Suche nach einem Sport. Und dann habe ich dieses Freitauchen kennengelernt und hatte die Gelegenheit, relativ früh schon zehn Meter tief tauchen zu können, einen wunderschönen Rochen zu sehen. Und war mega geflasht und in dem gleichen Zuge hat mir meine Tauchlehrerin dann von diesem Sport erzählt. Und dadurch, dass es einfach so schön war, hatte ich den Wunsch, noch länger da unten zu sein und noch mehr dieser schönen Momente erleben zu können. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gleich angefangen zu trainieren. Und ja, dann ging das alles ziemlich schnell. Wie alt warst du, als diese Transformation vom Fußball zum Tauchen stattgefunden hat? Und vielleicht auch für Zuschauer, die gerade auch in so einer Situation sind und sich was Neues suchen müssen. Anfang 20, also ganz genau 23 Jahre war ich alt, als ich nach Jamaika flog. Also ist es nie zu spät? Also wenn jetzt irgendwelche jungen Zuschauer zugucken und sagen, hey, ich bin eigentlich vielleicht schon zu alt, um das und das zu erreichen. Mit 20 kann man noch Weltrekordler werden oder zumindest sich dann auf dem Weg dahin begeben. Ja, ich glaube, es ist aber auch wichtig, nicht gleich schon an das Ergebnis zu denken, sondern das war nur möglich, weil es wirklich für mich perfekt gepasst hatte. Ich habe eine Leidenschaft entdeckt für mich, wo ich dann auch wirklich täglich dran geblieben bin, um mich da weiterzuentwickeln, um eben mehr dieser schönen Momente haben zu können. Und dann geht sowas. Das geht natürlich nicht, wenn du nicht diese hundertprozentige Inspiration, Motivation hast, da dich selber zu entwickeln. Warst du dann schon immer ein disziplinierter, strukturierter Mensch oder hat sich das dann über diesen Willen, über das Tauchen, über die Passion erst entwickelt? Da hat sich relativ viel entwickelt. Struktur, komischerweise in meinem Training hatte ich immer eine sehr gute Struktur. Disziplin ist bei mir auch stark ausgeprägt, aber irgendwie spiegelt sich das gar nicht so in meinem Alltagsleben wider. Da bin ich immer eher so impulsiv und bin so ein bisschen spontaner. Aber natürlich habe ich darüber dann auch das entwickelt, dass wenn ich ein Ziel habe, dass ich bestimmte Strukturen brauche einfach. Zum Beispiel ist es ja so, beim Luftanhalten spielen unheimlich viele Faktoren da rein, wie lange das letzten Endes geht, wie langsam mein Sauerstoff verbraucht wird. Und es ist ja nicht so, dass es schon Bücher gibt, wo 200 Sachen drinstehen, die du machen musst, um länger die Luft anhalten zu können. Das heißt, im Prinzip ist das so eine Art Selbststudium, was du da durchführen musst, um herauszufinden, was funktioniert. Und wenn du zum Beispiel, da spielt das Essen mit rein, wann hast du zuletzt gegessen, was hast du gegessen, wie hast du geschlafen, um welche Tageszeit trainierst du, wie atmest du vorher, an was denkst du, was hast du am Vortag erlebt, hast du da vielleicht einen anderen Sport gemacht. Also es gibt ganz viele Faktoren, habe ich abends Milch getrunken oder Bier, die da mit rein spielen. Und um herauszufinden, was da gut funktioniert, musste ich lernen, einfach viele Faktoren konstant zu halten, um diesen einen Faktor zu isolieren, um herauszufinden, ob derjenige das auch ist, der mir hilft. Und das hilft auch nicht, wenn man das ein- oder zweimal macht, sondern das muss über eine gewisse Zeit laufen, um dann auch wirklich valide Rückschlüsse ziehen zu können. Und das habe ich gelernt, auch für andere Projekte so in meinem Leben. Wir gehen auch im zweiten Teil nochmal darauf ein, dass du Menschen jetzt auch hilfst. Du gibst auch Coachings, Seminare, man kann dich buchen. Da hast du natürlich extrem viel mitgenommen. Du hast extreme Situationen durchlebt, die schon eine Bedrohung für dein Leben darstellen. Weil wenn ich das jetzt machen würde als Laie, würde es wahrscheinlich schlecht um mich stehen. Und du konntest diese ganzen Erfahrungen jetzt transferieren, auch in andere Bereiche. Kommen wir gleich drauf. Dieses Tauchen, jetzt, wenn du zurückschaust, was hat dir das gegeben? Also was hat das mit dir gemacht? Wie hat es dich verändert? Enorm viel hat das mit mir gemacht. Unheimlich viele schöne Momente, zu denen ich sonst nicht gekommen wäre. Ich habe ja die Welt bereist und bin eingeladen worden in verschiedene Fernsehsendungen und habe in dem Zuge so viel sehen dürfen, was ich sonst nie hätte schaffen können aus eigener Kraft. Also nie kann man auch nicht sagen. Aber das war schon sehr schön. Ich konnte die Welt bereisen, habe meinen Horizont erweitern können, habe aber auch durch, wie eben angesprochen, die Disziplin und verschiedene Fähigkeiten, die ich entwickelt habe, unheimlich viel mitnehmen können aus der Zeit. Das heißt zum Beispiel Disziplin, dann Umgang mit Drucksituationen. Das heißt, wenn man das schafft, viele Meter unter der Meeresoberfläche cool zu bleiben, wenn man ein Problem hat, dann ist das im Klassenraum nicht mehr ganz so schwierig. Und da gibt es ja auch Techniken, wie mir die Atmung hilft, bestimmte Gedanken, die förderlich sind und die dir schaden. Das heißt, da gibt es einfach viele Strategien und Techniken, die ich so mitgenommen habe aus der Zeit. Viele schöne Momente also und auch viel Entwicklung in dieser Zeit. Ich freue mich dann auch gleich ins Detail zu gehen mit dir über die Techniken, was da so abläuft, was du coacht und so weiter. Allerdings vorher noch mal so, wenn du dann vor so einem Weltrekordversuch stehst, wie lange ist die Vorbereitungszeit darauf hin und wie läuft das dann vor Ort ab? Ich habe immer versucht, 15 Minuten, manchmal ging es nicht aufgrund der Rahmenbedingungen, aber wenn ich es entscheiden konnte, so 15 Minuten vor dem Versuch, nur noch zu atmen und auf mich selber zu hören. Das heißt, alles Organisatorische vorher zu klären, sodass ich dann wirklich nur noch atmen muss und mich dann perfekt vorbereiten kann. Manchmal war es dann eben so, da gab es zum Beispiel eine Fernsehsendung in New York, da haben sie dann, ich habe das dann immer vorher besprochen, pass auf, diese 15 Minuten bitte nicht ansprechen und nicht mehr verändern diese Zeit, weil da passieren ja auch Sachen, die wichtig sind, einfach in meinem Körper. Und wenn man das alles umschmeißt kurz vorher, dann wird der Rekordversuch dann eben nicht so lang, deswegen versuche ich es vorher abzuklären, aber TV-Sendungen haben ihre eigenen Zwänge. Wie lief das mit den Amis? Ja, die haben dann gesagt, klar, kriegen wir hin, gar kein Problem. Und in dem Moment selber, ich hatte dann noch fünf Minuten auf meiner Uhr, war gerade so komplett tiefenentspannt, hieß es dann so, in einer Minute musst du runter. Und da war ich dann ganz frech und habe gesagt, nee, es kommt jetzt hier drauf an, ich bin hier für diesen Weltrekordversuch eingeladen worden, ich bin bei mir, ich habe das kommuniziert und bin dann bei meiner Atmung geblieben. Krass. Obwohl von, aus dem Off, also von hinten dann immer ganz viel Druck gemacht wurde. Und ja, und das war dann letzten Endes sehr erfolgreich, weil ich das eben so durchgezogen habe und ich war noch mega happy darüber. Ja. Aber genau, das sind so Situationen. Ja, also ich denke, das ist auch wieder so ein Punkt, was du wahrscheinlich dann auch wieder in deine Coachings und deine Seminare mit transferierst, ist eben diese Durchsetzungskraft und zu dem dann stehen, was man beschlossen hat. Das ist eine wichtige Eigenschaft und hat ja auch dann schlussendlich die Recht gegeben. Ja, sollen wir schon mal direkt einsteigen, weil ich finde das so spannend. Du hast ja da, du kannst ja mal kurz sagen, was für Seminare, Coachings du genau anbietest. Genau, also es gibt vieles. Ich gebe immer noch meine Kurse für Freitaucher, da komme ich her, das ist meine Leidenschaft. Und da geht es natürlich um Atemtechniken. Wie schaffe ich das, möglichst lange die Luft anzuhalten? Wie ich das schaffe, ist natürlich, indem ich meinen Sauerstoffverbrauch reduziere und das ist auch eine Eigenschaft, die in anderen Situationen hilft. Das heißt, heutzutage coache ich Sportler und Unternehmen darin, wie sie möglichst viel Sauerstoff aufnehmen, den effizient verbrauchen, das heißt die Ausdauerfähigkeit, GVO 2 Max zu erhöhen. Ja, ein Trick, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bin und jemand ist jetzt vor der Kamera, ist ein bisschen angespannt, nervös, was würdest du dem raten als Atemprofi? Auszuatmen. Das ist immer das Beste gegen Anspannung und Stress, denn wenn wir einatmen, dann signalisieren wir unserem Nervensystem, dass wir unter Stress sind. Das heißt, wenn irgendwie eine gefährliche Situation auftaucht, zum Beispiel ein Auto fährt auf dich zu ganz schnell, dann kriegst du in der Regel einen Schreck und atmest ein. Das heißt, wenn du unter Stress bist, atmest du ein, dann wird aber auch zurückgekoppelt an dein Nervensystem, dass du unter Stress bist. Das heißt, Adrenalin wird ausgeschüttet, Herzschlag wird schneller, du hast mehr Maximalkraft, verbrauchst aber auch viel mehr Sauerstoff. Das heißt, wenn du das Gegenteil erreichen möchtest, solltest du ausatmen, um das parasympathische System anzusprechen. Dadurch fährst du dann runter und bist entspannter letzten Endes. Ja, die Navy Seals, glaube ich, oder wer auch immer, die atmen ja so vier Sekunden ein, halten vier Sekunden, atmen vier Sekunden aus zum Beruhigen. Mental spielt sich da ja, das meiste spielt sich doch auch irgendwo mental ab, um diese Ruhe zu behalten. Welche Tricks wendest du da an und möchtest mit uns teilen? Es gibt natürlich nicht diese Silver Bullet, ein Trick und dann weiß man, wie es geht. Ich glaube, der größte Trick ist Kontinuität. Das heißt, ich muss dranbleiben, das immer wieder probieren. Es gibt diverse Techniken, die ich natürlich auch in meinen Trainings dann nahelege. Aber die muss man eben konsequent ausüben, probieren eine Weile. Und wenn wir das schaffen, mal einen kleinen Schritt weiter zu gehen, dann diesen Erfolg mitzunehmen und dran zu bleiben und Schritt für Schritt weiter zu gehen. Das ist das eigentliche Geheimnis, dass wir nicht erwarten, innerhalb von ein, zwei Wochen den Trick zu finden und in kurzer Zeit ganz viel zu erreichen, sondern diese verschiedenen Puzzleteile zu erforschen, kennenzulernen und dann eben Schritt für Schritt auf lange Sicht den maximalen Erfolg zu erreichen. Wenn jetzt hier ein erfolgreicher Unternehmer sich das anschaut oder jemand, der vielleicht ab und zu mal irgendwo frei reden muss und sagt, hey, das ist ein unheimlicher Druck auf meinen Schultern, der Druck, das Wasser und das ist ein Druck auf mich selber. Wie würdest du mit der Person arbeiten? Was sind die ersten Schritte? Erstmal zu fragen, was macht ihr denn diesen Druck überhaupt? Weil häufig sind es ja gar keine realen Dinge, keine realen Gefahren, die passieren können, sondern das ist ja irgendetwas, was du bewertest. Das heißt, du machst diese Sache erst zu einer Drucksituation. Diese Gedanken, die du hast, diese Bewertung, die du da vollziehst, das ist der eigentliche Stressor dann. Das ist ja schon ein guter Tipp, auch, dass man erstmal reflektiert, ist das real? Bin ich jetzt wirklich 50 Meter, ich übertreibe jetzt 50 Meter unter Wasser und kann ich mal eben schnell Luft holen oder ist das einfach nur mein Gedanke, was denken die anderen über mich und wie löst du das auf? Es kommt dann natürlich darauf an, was für Gedanken das sind, aber letzten Endes ist das ja so, dass fast alles nicht real ist, was stattfindet. Also wo sind wir wirklich in Lebensgefahr? Häufig sind es dann die Erwartungen anderer oder die Erwartungen, die wir in sie hinein projizieren, die diesen Stress machen, der Chef, der irgendwie vor einem steht oder das Geschäft, was unbedingt erfolgreich abgeschlossen werden muss. Und man sieht gar nicht die Alternativen. Ja, wenn man extrem unter Stress ist, kommt ja auch dazu, dass deine Wahrnehmung sich verengt und du nur noch diesen einen Weg siehst. Und da bin ich eben dafür da, mal zu schauen, was gibt es denn noch so für andere Sichtweisen und für andere Herangehensweisen an das Problem. Das ist das eine, dieser permanente Druck und dieser ständige Dauerdruck in der Leistungsgesellschaft. Das eine ist ja permanent sofort und dann immer diese Projektarbeiten oder irgendwelche anderen Themen. Was sind da deine Geheimnisse, um den Leuten da zu helfen? Es gibt auch viele Techniken, die man nutzen kann, um seine Energie zu managen. Da finde ich es ganz wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, es gibt verschiedene Arten von Energien. Es gibt die körperliche Energie, eine emotionale Energie, aber auch eine spirituelle und eine mentale Energie. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die irgendwie alle bespielt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel körperliche Energie, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dann brauche ich irgendwann mal den Kontrast, die Pause, die Regeneration, indem ich mich bewege. Wenn ich aber auf den Bau schufte, dann braucht mein Körper eher Ruhe. Genauso ist es mit emotionaler Energie. Wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze und keinen Kontakt zur Außenwelt habe, dann ist es sehr schön, wenn man mal ein paar Gespräche führt, sich mit einem Kumpel trifft oder ein Dinner mit der Frau, mit der Freundin hat. Und das sind so Sachen, die einen emotional dann erholen können. Und das Gleiche ist, mental muss ich da mal von dieser Situation abgelenkt werden und vielleicht mal einen Spaziergang machen in den Wald. Aber auch dieses Verbinden mit den eigenen Werten finde ich extrem wichtig. Denn was vielen heutzutage in dieser fordernden Zeit abhanden kommt, ist der Kontakt zum inneren Kompass. Was möchte ich eigentlich? Was ist mein Gefühl? Was würde ich in dieser Situation gerne machen? Denn es wird so viel von uns gefordert, dass wir dann eben fremdgesteuert sind und das so ein bisschen aus den Augen verlieren. Das heißt, sich mal wieder rückbesinnen. Was sind eigentlich meine tiefsten inneren Ziele und wo will ich eigentlich wirklich hin? Kann enorm viel Energie geben, um Situationen zu meistern. Das ist so mal ein kleiner Ausschnitt. Ja, toll. Das hört sich schon sehr spannend an. Und ich denke auch, da fühlen sich jetzt einige angesprochen. Ich finde es auch toll, dass du das so klar direkt ausformulierst. Darum geht es ja dann auch wieder. Und ist das dann so ein Ping-Pong-Spiel? Man lernt sich kennen. Läuft es per Zoom ab? Trefft ihr euch? Wie ist das? Es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wer das ist, mit wem ich da dieses Training mache. Ich gehe teilweise zu Unternehmen und gebe da Trainings für größere Gruppen. Es gibt aber auch Sportathleten zum Beispiel, die ich coache. Da geht es dann mehr um diese leistungsbezogenen Indikatoren. Das findet häufig auch per Zoom statt. Dann halte ich Vorträge, wo ich einfach mal Impulse gebe. Wie schafft man es, diese Grenzen zu versetzen? Ich hatte ja schon angesprochen, dass man das Stück für Stück macht und dass es meistens viel weiter geht langfristig, als man sich selber vorstellen kann. Und da führe ich dann so ein bisschen ein oder nehme mit auf meine Reise, wie ich das geschafft habe, diese Erfolge zu erzielen. Und da gibt es dann den einen oder anderen extremen Moment, einen abenteuerlichen Moment, wo man dann sieht, so krass, was hat der da eigentlich gemacht oder wie schafft er das? Und da anhand dieses Momentschlüsse ich dann auf, was dann in mir vorging und welche Techniken ich angewendet habe. Wir haben ja auch auf Panther Ray einige Filme zum Thema Meer. Wir haben was zum Tauchen, The Great Barrier Reef. Wir haben Filme zum Meeresschutz. Wie ist da aus deiner Sicht mit der Verbundenheit zum Meer, zum Wasser, wie ist da die letzten Jahrzehnte, Jahre so die Entwicklung im Meeresschutz? Was siehst du? Naja, wir haben zum einen die sozialen Medien, die enorm dazu beitragen, ein Bewusstsein zu kreieren. Also ich sehe schon, dass da mehr Bewusstsein da ist. Aber es ist natürlich einfach die Geschwindigkeit, die da Sorge bereitet, des Klimawandels. Meere werden wärmer, die Korallen sterben ab. Da gibt es halt ganz viele Phänomene, die auch aufs Meer bezogen, über Fischung. Das heißt immer ausgefeiltere Techniken zu fischen, die den Meeresgrund abräumen. Da gibt es ja unheimlich viel, was zunimmt in letzter Zeit. Und da hilft nicht unbedingt nur ein Bewusstsein, um dagegen anzugehen. Hast du da einen Fixpunkt, wo du sagst, ich war jetzt die letzten zehn Jahre fünfmal an dem Ort und das hat sich verändert? Vielleicht eine bisschen gemeine Frage jetzt sozusagen? Nee, kann ich gar nicht so sagen. Weil ich unheimlich gern zum Beispiel in der Karibik tauche und da war das schon 2000 so, dass das fast alles zerstört war. Da waren 90 Prozent der Riffe schon betroffen. Das heißt, da habe ich keine große Veränderung gesehen. In Ägypten ist es so, dass das Rote Meer noch ein bisschen kälter ist. Da sind die Auswirkungen nicht ganz so groß. Das sind sicherlich andere Meere, wo ich aber nicht so viel getaucht habe, wo die Auswirkungen größer sind. Sehr spannend. So Tom, du hast uns jetzt da schon ein bisschen rangeführt an das Tauchen, Tieftauchen. Und jetzt mal die Hand aufs Herz. Wie ist es denn, wenn man wirklich über 100 Meter tief taucht? Du hast ja da einen Versuch, einen Rekordversuch probiert. Was geht da in einem vor? Was passiert da? Was muss alles beachtet werden? Zum einen ist die Vorbereitung natürlich enorm wichtig. Da atme ich auf eine bestimmte Art und Weise, dass ich mich komplett tiefenentspanne, sodass ich dann abschalte. Genau, du hast diesen Versuch angesprochen. Da ging es darum, in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, eine maximale Tiefe mit einem Gewichtsschlitten aufzustellen. Das heißt, ich habe die Luft angehalten. Ein Gewichtsschlitten hat mich dann runtergezogen auf eine Tiefe von 122 Meter. Und da ging es natürlich darum, mich vorher komplett runterzufahren. Dann waren wir da auf dem Boot und das hat auch noch sehr gut geklappt. Ich war dann in dieser Situation, höre irgendwo in der Ferne einen Countdown. Das heißt, ich bin da komplett in mir selbst. Dann lasse ich die Bremse los und der Gewichtsschlitten fährt runter. Wie schnell geht das ungefähr? Runter zwei bis drei Meter die Sekunde. Was passiert dann mit deinem Körper in dem Moment? Spürst du das von außen? Was passiert mental? Ja genau, am Anfang ist es halt noch komplett entspannt. Ich genieße das einfach, bin ja extrem gut vorbereitet. Also kein Atemreiz. Ich merke einfach, wie das Wasser so an meiner Haut vorbeigleitet und genieße das. Die ersten Meter nimmt der Druck am schnellsten zu. Das heißt, von 0 bis 10 Meter verdoppelt sich der Druck. Und da muss man gucken, dass man den Druckausgleich gut hinbekommt. Das wird dann immer ein bisschen weniger, dass das so schnell geht zumindest. Aber man muss natürlich dann immer wieder diesen Druckausgleich machen. Und ab einer bestimmten Tiefe ist es dann so, dass die Lunge schon so klein ist, dass der Druck darauf so groß ist, dass man Schwierigkeiten hat, Luft aus der Lunge zu bekommen, um einen Druckausgleich hinzu zu kriegen. Wie groß wird die Lunge ungefähr, wenn die, wird die wahllos Größe? Nee, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Also faustgroß wird sie dann sein. Ich gehe mit 10 Litern los und dann wird die relativ schnell ziemlich klein. Letzten Endes auf 120 Metern sind das dann 13 Bar, die da herrschen, die auf deine Lunge drücken. Und unter diesem Druck ist es dann schwer, da Luft rauszubekommen und den Druckausgleich auf die Ohren hinzukriegen. Und da muss man dann verschiedene Techniken anwenden, um die Luft da noch rauszukriegen und möglichst gut zu gebrauchen. Was kann da passieren? Du bist unten, du warst bei 122 Meter. Wie ging es dann weiter? Ja, das war so, dass an diesem Tag, wo ich das gemacht habe, wir ganz schwierige Bedingungen hatten, große Strömungen und das Tauchseil war ein bisschen schief. Und das war alles suboptimal. Aber wir hatten nur diesen einen Tag. Deswegen, genau, habe ich das eben gemacht. Und man zieht dann so eine Leine und dann trennen sich zwei Teile des Tauchschlittens. Das Gewicht bleibt unten und ein Hebesack zieht mich nach oben. Und ja, der ging aber nicht los in dem Moment. Das heißt, ich habe den Mechanismus ausgelöst und wollte dann schön nach oben, so schnell es geht. Und es passierte nichts. Wie lange ist nichts passiert? Ziemlich lange. Was ist lange? Ja, letzten Endes waren es dann 44 Sekunden. Ach du Scheiße. Und die Situation war die, auf dieser Tiefe hast du auch noch das Problem, dass das Stickstoff extreme Wirkung zeigen kann. Das heißt, es gibt die Stickstoffnarkose, den sogenannten Tiefenrausch. Und auch den habe ich leicht gespürt. Waren da welche mit dir unten oder warst du alleine? Ne, da war auch jemand unten, genau, aber der kann nicht eingreifen. Da war auch ein Gerätetaucher. Das Problem ist, auf dieser Tiefe kannst du nicht fremde Luft einatmen, weil du dann sofort bewusstlos werden würdest. Naja, auf jeden Fall hat das dann irgendwann hingehauen und ich habe es geschafft. Und bevor ich bei meiner enthusiastisch erzählten Geschichte, vergesse darauf hinzuweisen, das war natürlich eine extreme Situation, wo eine große Gefahr bestand. Aber ich konnte sie lösen. Und aber was man, welchen Fehler man nicht machen darf, ist jetzt zu denken, dass die Gefahren deshalb nur tauchend sind. Es gibt eine viel größere Gefahr und die ist die, dass du ohne Sicherung einfach mal nur aus Spaß, gerade Anfänger sind da prädestiniert für im Schwimmbad die Luft anhältst. Denn wenn niemand da ist, der dich im Notfall retten kann, dann bist du in dem Moment, wo du etwas falsch machst. Ja, entweder bewusstlos wirst, weil du zu lange die Luft angehalten hast oder auch am Anfang hyperventiliert hast zum Beispiel und bewusstlos wirst, dann bist du tot. Das heißt, Abnohrtauchen ist halt potenziell sehr, sehr gefährlich. Aber die größte Gefahr ist eben, wenn du alleine tauchst. Deswegen gibt es die wichtigste Regel beim Freitauchen. Da bitte ich einfach, dass sich da jeder dran hält, tauche niemals allein. Ja, Tom, was geht denn da konkret dann in dem Kopf vor, wenn man 122 Meter tief taucht, die Luft anhält? Was passiert da in dir? In diesem Fall ist es so, dass ich mich ganz stark auf die Technik konzentriere. Das heißt, auf den Druckausgleich, Luft aus meiner Lunge herauszubekommen. Und irgendwann setzt der Atemreiz ein. Das ist in diesem Fall jetzt auch passiert. Das heißt, ich war ja sehr lange da unten und habe viel Sauerstoff verbraucht. Und dann muss man einfach schauen, dass man sich nicht von so einer schwierigen Situation jetzt in so eine Negativspirale ziehen lässt. Denn wir alle haben ja schon mal die Luft angehalten, die meisten zumindest. Und irgendwann setzt so ein unangenehmes Gefühl ein. Und jetzt kann es dich dann natürlich komplett reinbegeben und sagen, das ist ja voll unangenehm. Ja, ich will jetzt auftauchen, wieder Luft holen. Aber in dem Moment, ja, hast du wieder negative Gefühle, wenn du da dich so reinsteigerst und produzierst Stress. Dein Herzschlag wird wieder schneller. Du schüttest Adrenalin aus, verbrauchst noch mehr Sauerstoff und beschleunigst das Ganze. Und da in dem Moment zu bleiben und zu überlegen, was ist jetzt meine Aufgabe? Beim Zeittauchen ist es, mich zu entspannen. Und beim Tieftauchen in dieser Situation war es, eine Lösung für das Problem zu finden. Und eben nicht in diesen Panikmodus zu gehen, das war die größte Herausforderung in dem Moment. Spektakulär, wirklich krass, in einer echten Lebensgefahr cool zu bleiben. Ich denke, das ist die Voraussetzung für einen qualifizierten Coach. Zum Schluss deine Botschaft an uns. Ich habe viele Messages, lass mich kurz überlegen, welche. Ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt denkt, krasse Geschichte, cooler Sport, aber für mich ist das nichts, das zumindest mal zu versuchen und mal sich zu informieren. Denn die Message ist jetzt, Abnötauchen ist für jeden etwas. Jeder kann lernen, länger die Luft anzuhalten. Das ist nichts, was übernatürliche Menschen nur machen, sondern wie gesagt, jeder kann innerhalb kürzester Zeit mit wenigen Techniken das Lernen, länger die Luft anzuhalten und diesen Lebensraum zu entdecken. Und es ist einfach fantastisch, in dieser Stille unter Wasser zu sein und Teil dieser Welt zu werden. Und wenn man das mit ein bisschen Anleitung mal probiert, dann kann man da ganz fantastische Momente erleben. Und da gibt es natürlich auch Kurse, die viele kompetente Schulen in Deutschland anbieten. Bei mir kann man auch Kurse machen, wo man da in diese Welt so eingeführt wird. Für die Zuseher, du sitzt in Hamburg? Ich sitze in Hamburg, genau. Also Hamburg oder auch. Oder Corfu, meine zweite Heimat. Da gibt es einen Kurs, wo man ganz tolle Tauchspots entdecken kann, schon als Anfänger, wo man in Grotten hineintaucht, wunderschönes Licht durch Felsen bricht, aber auch eine große Artenvielfalt besteht. Und Spots für jeden sind da. Da kann man sehr gut anfangen zu lernen, diese Techniken zu entwickeln. Und das Schöne ist, man kann sie dann auch mit in den Alltag nehmen. Ich habe ja schon so ein bisschen berichtet, dass mir das viel gebracht hat. Und jeder kann da so zwei, drei Techniken für sich wahrscheinlich entdecken, die dann auch helfen, mit Belastungssituationen umzugehen oder unter Druck optimal zu performen. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dass du da warst. Und man findet dich natürlich im Internet. Alles ist eingeblendet. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Und cool, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020